So, meine Damen und Herren für heute, ein Ohrring, und das scheint sogar Silber zu sein. Schön. Moin Moin Leute, so, ich fahr heute mal wieder ein bisschen unterwegs, das sind meine Funde, Euro Münzen, knapp 10 Euro, eine Silberkette, Silberanhänger, der gehört ja auch zur Kette, Modeschmuck, Ohrring, und den Silberohrring, den ihr ja schon gesehen hattet, 925er Stirling Silber, ja, wir sehen uns näher bei der Fundzusammenfassung, eventuell kommen noch mehr Funde, weil ich, ja, morgen oder so nochmal losgehe, bis dann Leute, ciao. So, mein nächster Fund, Leute, ist ein bisschen windig, schöne Silberkette mit Anhänger, zeige ich euch näher in der Fundzusammenfassung. Und zum Fundzusammenfassung, bis dann Leute. So, nächste Münze, eine Krone aus Dänemark, wunderbar, schon mal Funde gemacht, einiges an Münzen schon zusammenkommt, die Silberkette, habt ihr ja schon gesehen, ist nur ein bisschen windig, deswegen filme ich nicht alles, bis zum nächsten Fund. So, hier ist mein nächster Fund, mal gucken, was das ist, okay, Waschsalonmarken, Waschsalonmarken, auch nicht schlecht. Bis zum nächsten Fund. So, nächster Fund, 20 Cent, nach langer, langer Zeit. Bis zum nächsten Fund. So, nächste Münze, 10 Cent. So, nächste Münze. 10 Reisfenig. Bis zum nächsten Fund. Und so, nächste Münze, 50 Cent, wunderbar. Bis zum nächsten, so, nächste Münze. 20 Cent. So, da ist die nächste Münze. Oh, schön, 50 Cent. So, Leute, nächster Fund, endlich mal wieder ein 2-Euro-Stück. Oh, ich glaube, ich will mich freuen, ey. Bis zum nächsten Fund. Moin, moin. So, das ist meine Ausbeute von gestern. Ist der ganze Schrott. Muss dazu sagen, ich habe bestimmt schon 3- oder 4-mal so viel weggeschmissen. Joa, und hier sind halt die guten Fund. Ein paar Platzpatronen noch. Kann man für Silvester gut gebrauchen. Joa, Angelblei, Münzen, wieder einiges zusammenbekommen. Eine Silberkette. Joa, dann sehen wir uns näher bei der Fund-Slammfassung. Ich werde die ganzen Sachen mal sauber machen. Bis naja, Leute. So, willkommen zu meiner Fund-Slammfassung. Ich war zweimal am Wasser gewesen. Und ja, das ist meine, das sind meine ganzen Fundes. Der Wahnsinn, was da schon wieder zusammengekommen ist. Das sind jetzt nur die ganzen Euro-Münzen. Das ist wieder richtig eine Menge. Der Wahnsinn ist das. Das sind die ganzen Euro-Münzen. Dann eine jugoslawische Münze. Eine deutsche Mark. Ein 2-Fennig- und 10-Fennig-Stück. Eine Krone aus Dänemark. 10 Reichsfennig 1921. Dann nochmal 10 Reichsfennig 2. Weltkrieg. Dann drei Sohne-Waschsalon-Marken. Zwei Angelblei. Dann einmal diesen Anstecker. 1978, 2. Internationale Rodeburg-Marsch. Also, ein schönes Stück. Nagel ist auch noch dran. Ja, dann einmal so ein Kopf hier von der Haschpfeife. Modeschmuck. Dann einmal diese Silberkette. Dann einmal diese Silberkette. So, jetzt gestempelt. 925er. Und einmal diesen Silberohrring. Das ist auch aus 925er. Ja, hat sich mal wieder richtig gelohnt. Doch wieder am Wasser ein bisschen was gefunden. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wünsche allen Leuten ein guter Fund. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Einen schönen netten Kommentar. Und meinen Kanal abonniert, wer es noch nicht getan hat. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank. Auch nochmal vielen, vielen Dank für 771 Abonnenten mittlerweile. Echt super. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Würde mich freuen. Danke Leute. Ciao, ciao. Vielen, vielen Dank.